Moment, bitte machen Sie das Mikro an. Mir ist die Kollegin Vogelsang bestens bekannt, aber Sie sollten schon unterscheiden zwischen einem Artikel, der umfassend dargestellt ist, und einer parlamentarischen Anfrage, in der Sie die Begriffe von Flüchtlingen, von Migration, von Inzucht und von Behinderung zusammenwürfeln und damit eine bestimmte Denke dann auch produzieren und verbreiten wollen. Und die Linie, die ich gezeichnet habe, die Linie, die ich hier gezeichnet habe, von der Höcke-Rede im Grunde bis zur kleinen Anfrage, und ich kann noch eine weitere Aktion ihrerseits, noch eine weitere Aktion dann hinzufügen. Wenn in Krefeld, der Abgeordnete, ein Ihr Abgeordneter der AfD eine Aktion startet, kauft nicht bei Türken, dann hat das natürlich nichts mit der Geschichte zu tun. Vielen Dank, Herr Schummer. Letzter Redner in der Debatte, Peter Aumer für die CDU-CSU-Fraktion.